19. Dezember, Deine Weihnachtsseelenbotschaft. Heute eine Reise mit den Sonnenengeln und der Sonne. Die Sonne wurde schon zu allen Zeiten verehrt und angerufen. Eine der mächtigsten Lichtquellen. Du siehst jetzt vor Deinem geistigen Auge die Sonne aufgehen, dieser Feuerball, diese Kraft, dieses goldene Licht. Die Sonne sendet mit ihrem Licht das golden strahlende Gleichgewicht. Aus der Sonne heraus kommen jetzt die Sonnenengel, goldene Engel. Sie kommen heute zu dir und bilden einen goldenen Lichtkreis um dich. Ganz viele Sonnenengel um dich jetzt. Lade dich auf mit dem goldenen Segen. Er wird dich führen auf all deinen Wegen. Goldener Segen, goldenes Licht fließt ein. Des Sonnenengel. Des Sonnenengel harmonisieren deine Lichtstruktur, deine Energiezentren, deine Aura. Du wirst vergoldet. Das goldene Licht fließt in jede Zelle deines Seins. Jede Zelle wird zu einer kleinen Sonne. Du bist jetzt die Sonne und du sendest mit deinem Licht das goldene strahlende Gleichgewicht. Du bist der goldene Segen, der heute durch diesen Tag geht. Jede Spur, die du heute hinterlässt, hinterlässt goldenes Licht, jedes Wort, jede Handlung. Alles wird vergoldet. Es ist dein goldener Tag im Sonnenlicht und die Sonnenengel begleiten dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen, sonnigen, goldenen Tag. Deine Sissi Göttling 8 25 27 33 26 井 27 22 23 23